Stell dir vor, eine Hip-Hop-Legende verwandelt deine Bruchbude in einen edlen Palast. Willkommen bei Hip-Hop My House. Rapper Cameron und seine Designpartnerin Ziz Louise verwandeln alte Boden in heiße Hütten. Inspiriert von den gefragtesten Künstlern im Game. Mach dich stark klar, denn zu Hause ist, wo der Hip-Hop ist. Hip-Hop My House. Ab Dienstag, 28. Juni um 21.30 Uhr auf MTV.